Flohsamen und vor allem auch die Flohsamenschalen, die sind ein tolles Lebensmittel. Bekannt sind sie ja vor allem für ihre Wirkung als traditionelles Heilmittel bei Verdauungsbeschwerden. Dabei können Flohsamen und insbesondere die Flohsamenschalen ja noch so viel mehr. Und was genau, das schauen wir uns heute zusammen an. Wie immer mit Fakten und los geht's direkt nach dem Intro. Bleiben Sie dran, ich verspreche Ihnen, es wird spannend. Mein Name ist Dr. Fabian Mutach. Ich bin promovierter Biochemiker und Gründer von Selventrix. Und wenn Sie Inhalte zu den Themen Ernährung, Gesundheit und einem gesunden Leben im Allgemeinen interessieren und Sie gerne nach wissenschaftlich fundierten Informationen suchen, die Sie eben auch finden, dann sind Sie auf diesem Kanal genau richtig und dann abonnieren Sie doch gerne. Flohsamen und vor allem die Flohsamenschalen sind schon lange als ein traditionelles Heilmittel bei Verstopfungen bekannt. Dabei können die kleinen Samen, wie ich eben eingangs bereits erwähnte, noch viel mehr. Bevor wir einen Blick darauf werfen, schauen wir uns noch kurz an, was Flohsamen überhaupt ist und wo der Flohsamen herkommt. Flohsamen, das sind die Samen von Wegerich-Gewächsen. Und zwar des Strauchwegerich, des Sandwegerich und des indischen Flohsamens. Je nach Sorte unterscheiden sie sich in Farbe und Aussehen, wobei der europäische Flohsamen meist dunkelbraun bis schwarz ist und auch etwas länglicher, der indische Flohsamen, der ist eher hellbraun bis rötlichbraun. Die Schalen sind dagegen eher weiß bis gelblich. Und man kann die Flohsamenschalen sowohl ganz als auch in gemahlener Form kaufen. Je weniger braune Bestandteile der Samen insgesamt mit dabei sind, desto sauberer wurden die Flohsamenschalen abgetrennt. Und das kann man ja durchaus als ein Qualitätskriterium sehen. Gesundheitlich geschätzt werden insbesondere die Schalen des Flohsamens. Und zwar aufgrund ihres extrem hohen Gehalts. Flohsamenschalen enthalten ca. 85% Ballaststoffe und Schleimstoffe. Isst man anstatt Flohsamenschalen die ganzen Flohsamen, dann wird ein guter Anteil der Flohsamen, den Markendarmtrakt, weitgehend unverändert passieren, sodass man insgesamt eben weniger von den Ballaststoffen und den Schleimstoffen profitiert. Es spricht natürlich trotzdem überhaupt nichts dagegen, ein paar ganze Flohsamen zum Beispiel in das morgendliche Müsli zu mischen. Auch die Flohsamenschalen, die kann man auch ganz leicht einnehmen, wobei man ein paar Punkte beachten sollte. Typische Dosierungen sind z.B. so 10 g pro Tag, verteilt auf 3 Portionen, also nur gut 3 g pro Portion. Das entspricht, wenn Sie Flohsamenschalen Pulver nehmen, also eben die gemahlenen Schalen, dann entspricht das nur einem gestrichenen Teelöffel voll. Und das hört sich ja erstmal total wenig an, aber die Schalen haben ein enormes Quellvermögen und sie quellen bis auf ca. das 20-fache ihres ursprünglichen Volumens auf. Das heißt auch, dass man unbedingt genügend zu den Flohsamenschalen trinken muss. Ein großes Glas Wasser pro Portion sollte es schon mindestens sein. Man kann die Schalen auch in Wasser geben und schon mal 15 Minuten vorquellen lassen, bevor man die Mischung dann trinkt. Und ich trinke dann auch gerne nochmal ein Glas Wasser hinterher. Denn wenn man eben zu wenig oder gar nichts zu den Flohsamenschalen trinkt, dann können die Schalen im schlimmsten Fall zu Verklumpungen im Magen-Darm-Trakt führen. Und das wollen Sie ganz bestimmt nicht haben. Deshalb würde ich empfehlen, bei den Mengen sich auch erstmal langsam ranzutasten und man kann die Menge dann auch langsam steigern. Die Flohsamenschalen, die ich Ihnen empfehlen kann oder die ich auch selbst gerne nehme, die habe ich Ihnen mal weiter unten verlinkt. Können Sie einfach mal reinschauen, wenn Sie es interessiert. Ich habe keine Kooperation mit dem Hersteller, es ist einfach nur eine ganz persönliche Erfahrung und Empfehlung. Wer unter Erkrankungen leidet und Medikamente einnimmt, der sollte zwischen der Medikamenteneinnahme und den Flohsamenschalen mindestens eine Stunde warten und die Einnahme auch generell vorher mit dem Arzt des Vertrauens besprechen. Denn durch den extrem hohen Anteil an Schleimstoffen in den Schalen kann die Medikamentenaufnahme verzögert oder auch verringert werden. Und das wäre dann eben auch ungünstig. Und wenn man die Flohsamenschalen aber richtig einnimmt, dann haben sie meiner Auffassung nach ganz tolle gesundheitliche Eigenschaften. Bekannt sind Flohsamenschalen ja sicherlich dafür, wegen ihrer enormen Quellfähigkeit gut gegen Verstopfung zu wirken. So als natürliches Hausmittel. Ich denke, dafür sind die Flohsamenschalen insgesamt bekannt. Sie wirken aber auch genauso bei Durchfall, dass sie die Darmpassage verlangsamen und damit wirken sie insgesamt modulierend auf unseren Darm. Und mehrere kleinere Studien legen mittlerweile auch nahe, dass die Wirkung der Flohsamenschalen auch weit darüber hinausgeht. Offiziell bewerben darf man die Flohsam und die Flohsamenschalen nicht mit diesen Vorteilen, da sie keine offiziell zugelassenen sogenannten Health Claims sind. Das heißt, es sind eben keine offiziell zugelassenen Formulierungen, wie man eben diese Produkte bewerben darf. Aber wir schauen uns diese im Sinne der allgemeinen Information und Weiterbildung zusammen an. Die Studien, auf die ich mich beziehe, die blende ich Ihnen auch immer ein oder ich verlinke sie Ihnen weiter unten in der Videobeschreibung. Wenn Sie das interessiert, schauen Sie doch gerne mal rein. Durch die hohe Quellfähigkeit verlangsamen die Schalen die Magenentleerung. Und dadurch sättigen sie wiederum sehr gut, wobei die Schalen selbst nur wenige Kalorien liefern. Und das heißt, dass die Flohsamenschalen auch dabei helfen können, insgesamt weniger zu essen und damit eben auch damit unterstützen, langfristig abzunehmen und das Gewicht dann auch zu halten. Flohsamenschalen können durch ihre Ballaststoffe auch Cholesterin im Darm binden, wodurch das Cholesterin dann eben ausgeschieden wird und so der Cholesterinspiegel natürlich reguliert wird. Das ist ganz wichtig, kein Wundermittel und das wirkt auch nicht so stark wie ein medikamentöser Cholesterinsenker. Die Flohsamenschalen tragen aber einfach natürlich dazu bei, unseren Cholesterinspiegel in einem gesunden Maß zu halten. Wie gesagt, kein Wundermittel. Lösliche Ballaststoffe, wie sie eben in großen Mengen auch in Flohsamenschalen zu finden sind, die können auch dazu beitragen, den Blutdruck leicht zu senken und uns damit auch vor Herz- und Kreislauferkrankungen zu schützen. Zumindest ist das eben auch eine Unterstützung. Auch hier eben kein Wundermittel, aber ein natürlicher und ich würde sagen bei richtiger Anwendung auch nebenwirkungsfreier Beitrag zu unserer Herzgesundheit. Dazu gibt es auch noch kleinere Studien, die nahelegen, dass sich die Blutzuckerspiegel, insbesondere auch die nüchternen Blutzuckerspiegel, durch Flohsamenschalen verbesserten. Und jetzt wird es besonders spannend, insbesondere bei Studienteilnehmern, die bereits an einem Prädiabetes oder Typ 2 Diabetes litten, also die bereits vorerkrankt waren. Flohsamenschalen sind hier also ganzheitlich gesehen, würde ich sagen sehr interessant für unsere Gesundheit. Zumindest legen das eben kleinere Studien nahe, größere Untersuchungen fehlen hier leider noch. Und zuletzt sind die Flohsamenschalen auch wunderbare Präbiotika. Präbiotika, das sind Ballaststoffe, also insgesamt Nahrungsbestandteile, die im Dünndarm nicht verdaut werden können. Und was passiert dann? Naja, sie wandern in den Dickdarm und werden dort fermentiert. Bei dieser Fermentation entstehen kurzkettige Fettsäuren. Manchmal werden sie auch den Ausdruck SCFA finden. Das ist einfach die englische Abkürzung für Short Chain Fatty Acid, also kurzkettige Fettsäuren. Und diese kurzkettigen Fettsäuren, die wirken, und das finde ich besonders spannend, über den Darm hinaus. Sie unterstützen beispielsweise unser Immunsystem und sie sind an der Reduktion von Entzündungsreaktionen beteiligt. Und das waren also jetzt insgesamt acht tolle Vorteile von Flohsamenschalen. Wenn Sie auch Flohsamenschalen nutzen, dann schreiben Sie mir doch gerne mal Ihre Erfahrungen damit weiter unten in die Kommentare. Und wir sehen uns dann hoffentlich wieder im kommenden Video. Bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute, Ihr Dr. Fabian Mutach und ihr Dr. Fabian swap